Hallo und geh senkt zum Video Nummer 900 und für alle die neu dabei sind, wie üblich, kurz zur Erklärung am Anfang, bei mir gibt es alle 100 Videos ein, ich nenne es mal Special Video, dafür feiere ich unter Anführungszeichen keine runden Abo oder View-Zahlen, also nur runde Upload-Zahlen und jedes hundertste ist mir bisher zu rund genug gewesen. Ja, das ist eben Video Nummer 900 und bin ich ein bisschen in einer Zwickmühle, weil eigentlich hätte ich das Video 900 ja schon vor einiger Zeit aufnehmen sollen, einfach in der wohlweislichen Voraussicht, dass ich es irgendwann brauche und jetzt schaue ich heute und sehe 899 Uploads, wobei um fair zu sein, eigentlich sind es mittlerweile schon mehr, weil das eine oder andere Video habe ich natürlich wieder runtergenommen, weil es war nur irgendein Informationsvideo, das irgendwann nicht mehr aktuell war. Aber nichtsdestotrotz, 899 steht da, heißt 900 ist jetzt dran und jetzt ist mir natürlich das Infovideo von gestern irgendwie dazwischen gekommen, das eigentlich nicht als Video zählt, aber trotzdem irgendwie schon. Wie auch immer, habe ich eigentlich schon was aufgenommen, aber ich habe mir da eine Liste geschrieben über Themen, über die ich sprechen will und nach 40 Minuten war ich gerade mal bei, ja, einem Drittel. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann nicht ein Video Nummer 900 machen, das eineinhalb Stunden oder zwei Stunden dauert, das kann sich keiner anschauen. Darum habe ich jetzt einen sehr, sehr großen Teil rausgestrichen aus der Liste, beziehungsweise habe ich die Liste zwar noch da, aber ich werde nicht alles abarbeiten. Ich werde folgendes machen, viele von den Kollegen haben mittlerweile angefangen, wie auch die großen Vorbilder, so ein Frage-Antwort-Video zu machen, ein regelmäßiges, dass da ist Mailbox, wie es beim Lieben TB heißt, oder die Q&A, glaube ich, beim Jesse oder auch Briefkasten oder Postfach oder wie auch immer bei den ganzen anderen Kollegen. Sowas in der Art werde ich auch machen, aber weil das auch ein Thema vom Video 900 war, nämlich, beziehungsweise ist nämlich, kopieren, werde ich natürlich ein bisschen mir was einfallen lassen und das etwas anders machen, wie die meisten. Wie genau, da bin ich gerade beim Austüfteln, aber ich werde eben viele Fragen, beziehungsweise Themen, die ich eigentlich behandeln wollte, auf dieses neue Format verlegen und das soll ein recht kompaktes Format werden, ein regelmäßiges, aber kompaktes Format, wo ich eben noch ein bisschen, wie gesagt, beim Tüfteln bin, wie genau das ausschauen wird. Aber ihr könnt auch gerne jetzt schon Kommentare abgeben, beziehungsweise Feedback abgeben, in etwa, um kleine Vorschau abzugeben, soll es so laufen. Ich möchte da nicht direkt Zuschauerfragen beantworten, das heißt nicht unbedingt, hier schreibt jemand Frage so und so und Name so und so steht da drunter und ich beantworte das dann, sondern ich werde eher Themen aufgreifen, die sich am Kanal allgemein gesehen auftun, wo ich dann das Gefühl habe, über das wird gerade gesprochen oder das interessiert die Leute oder das ist im Moment unklar, wenn es denn Spiele- oder Let's Play-related ist. Das heißt, das wird keine persönlichen Fragen da geben, aber durchaus persönliche Meinungen. Das heißt, wenn dann jemand wissen will, beziehungsweise wenn einfach öfter mal die Frage auftaucht, wie ich zum Beispiel zu SimCity 5 stehe, dann wäre das ein Thema für so ein Video. Oder auch, was auch ein Thema für so ein Video wäre, um da eine Vorschau zu geben, dass ich jetzt auch eben rausgestrichen habe aus dem Video 900, ob ich das ursprünglich machen wollte, ist zum Beispiel nochmal ausführlich über Prison Architect zu sprechen, weil ich finde, zum Teil wurde ich da ein bisschen falsch verstanden, beziehungsweise haben die Leute zum Teil eine andere Meinung wie ich, was ja auch okay ist, aber da wollte ich einfach noch ein paar Dinge dazu sagen, warum zum Beispiel Prison Architect für mich einfach nicht vergleichbar ist mit, wie jemand gemeint hat, Fast and Light, weil da schießt man ja auch auf andere und da sterben auch Leute. Gut, ja, solche Themen eben. Das wird aber dann ein eigenes Format und ich hoffe, das kommt bald. Warum möchte ich das machen? Und das ist jetzt schon wieder ein 100 Thema, einfach Kanalentwicklung. Ich sehe mich nicht als reinen Let's Player, vor allem in letzter Zeit nicht. Da habe ich viele Checklists gemacht, viele Notizblöcke, viele Einträge in den Notizblock, beziehungsweise viele Einträge in die Checkliste und das macht eigentlich Spaß. Und ich finde, das dürfte ruhig regelmäßig dabei sein, weil warum nicht den Leuten Spiele zeigen, die sie nicht kennen? Und das kurz und knapp. Und wenn es dann wirklich ein tolles Spiel ist, warum nicht dann ein Let's Play draus machen? Aber ich glaube, in Zukunft wird das verstärkt so sein, dass ich Checkliste beziehungsweise einen Notizblock mache und dann entscheide, ob ich vielleicht ein Let's Play draus mache, auch anhand vom Feedback. Weil bis jetzt, wie gesagt, ist es, glaube ich, sehr gut angekommen und man ist da einfach in 20, 25 Minuten drüber informiert, wie das Spiel so ausschaut. Was mir auch aufgefallen ist zum Thema Kanalentwicklung in letzter Zeit, ist, dass ich mit meiner Qualität nicht mehr ganz so zufrieden bin. Aber auf der anderen Seite auch sagen muss, ich bin einfach ein bisschen am Anschlag, was die Qualität angeht. Ein gutes Beispiel war zum Beispiel letztlich die Checkliste von Star Drive, wo ich ein, zwei Sachen übersehen und ein, zwei Sachen vergessen habe zu sagen. Okay, und von was kommt das? Das kommt davon, dass ich das Spiel, bevor ich die Checkliste aufgenommen habe, ein paar Stunden nur gespielt habe. Das heißt, zwei Abende. Und wenn man zwei Abende ein Spiel spielt, kann man unmöglich alles wissen und alles überblicken, wenn es ein so umfangreiches Strategiespiel ist wie Star Drive. Genauso geht es mal beim einen oder anderen Spiel, wo ich eine Checkliste und einen Notizblock gemacht habe. Das habe ich ein paar Stunden gespielt und bei gestern Abend ist es noch schlimmer. Da spiele ich das Spiel ja nur eine Stunde. Wie soll ich da überhaupt dann das in dem Umfang mir anschauen, dass ich wirklich perfekt darüber berichten kann. Es soll ja kein Test sein. Es soll kein Test sein. Es soll durchaus eine subjektive Sache sein, wo ich sage, mir gefällt es, mir gefällt es nicht. So schaut es aus. Und natürlich werde ich hauptsächlich Spiele raussuchen, die mir gefallen, weil es zeigt sich, Leute, die auf meinem Kanal sind, haben tendenziell denselben Geschmack wie ich, macht auch Sinn und sind entsprechend auch nur an den Spielen interessiert, die ich gut finde. Natürlich geht es zum Teil auseinander, aber im Schnitt würde ich sagen, decken wir uns da relativ gut. Und der Kanal wird immer größer, keine Frage. Ich monetarisiere auch seit einiger Zeit, für alle, die es nicht mitbekommen haben, GameStop-Partner. Und da könnte ich schnell, oder sagen wir, das verschieben, das wäre auch, zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, für das neue Format, unter Anführungszeichen, was ich geplant habe, die ganze Monetarisierungsgeschichte. Da bin ich so oft gefragt worden, wie wird mein Partner? Das wäre auch so eine Frage, die ich gerne mal beantworten würde in so einem eigenen Video. Also deswegen werden wir das jetzt beim Video Nr. 900 nicht machen. Das ich übrigens auch deswegen kurz halten möchte und muss, weil ich rendere gerade nebenbei die heutige Folge von Landwirtschaftsgigant und die soll ja direkt nach dem Video Nr. 900 raufgehen und das Rennen ist in 16, 17 Minuten fertig, heißt, ich werde es dann noch ein paar Minuten aufnehmen, dann das Video Nr. 900 zusammenpacken, das raufhauen und dann eben gleich Landwirtschaftsgigant hinterher schmeißen. Weil ich habe heute, außer das Infovidea, doch glatt noch gar kein Video hochgeladen. Geht ja fast gar nicht. Und das zum Beispiel, das könnte man noch mit reinnehmen. Habe ich mir auch in letzter Zeit Gedanken drüber gemacht. Ja, jetzt sind die Leute so verwöhnt, unter Anführungszeichen, zum Teil schon fast, weil ich jeden Tag was hochlad. Da könnte ich doch mal problemlos einen Tag mal oder zwei nichts hochladen. Stimmt zum Teil, habe ich auch schon mal angesprochen. Ich finde einfach, wenn man regelmäßig was macht, weckt man Erwartungen und es ist eine gewisse Verpflichtung, auch wenn das ein hartes Wort ist, eine gewisse Verpflichtung, Erwartungen nachzukommen, vor allem, wenn man das Ganze so betreibt wie ich. Und ja, ich bin berufstätig, keine Frage, und ich habe auch zwei Jobs. Warum ist eine private Sache, da gehen wir jetzt nicht genau drauf ein, ist eine Mischung aus Wollen und Müssen, beziehungsweise ein historisches Müssen, ein dann übergehen in nicht mehr müssen, aber weiterhin wollen. Und darum mache ich das. Heißt, ich habe jetzt nicht extrem viel Freizeit, aber die nutze ich eben total gern fürs Let's Play. Aus mehreren Gründen. Einfach, weil ich sehe, wo es hingeht. Das ist eine tolle Richtung. Und auch, wenn der Kanal schon längst viel größer sein könnte, wenn ich denn die entsprechenden Maßnahmen gesetzt hätte. Und über die kann ich dann auch noch kurz reden. So, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, Kanal wird immer größer und ich habe wirklich den Faden verloren. Ist egal. Ah, nein, jetzt weiß ich wieder. Eigentlich komme ich ganz ursprünglich von der Zeit, beziehungsweise von der Zeit, die ich nicht habe. Ja, trotzdem eben Haupthobby und entwickelt sich in eine interessante Richtung. Ich habe interessante Leute kennengelernt und so Dinge wie jetzt eben Landwirtschaftsgigant da 10 Tage vorm Release bekommen oder eingeladen werden in Einladungsbeta wie StarDrive oder Entwickler ans Mikrofon bekommen, wie von Starship Corporation oder White Lens und so weiter und so fort. Das sind einfach Sachen, die machen mir extrem Spaß und an denen messe ich, soweit man sagen kann, meinen Erfolg. Möge weniger an den Zahlen, weil, ja, was ist Erfolg und was ist groß? Und da habe ich auch mal letztlich mit einem Kollegen darüber gesprochen, ist 1.000 Abonnenten groß, ist 5.000 Abonnenten groß. Ich sage jetzt mit Absicht Abonnenten, ihr wisst, ich nenne das Wort normalerweise nicht in den Mund, sondern spreche immer von Zuschauern, aber wir sprechen in dem Fall einfach von diesen rohen Zahlen und da sage ich jetzt ausnahmsweise mal Abonnenten. Also ist 1.000 viel, ist 5.000 viel, 10.000, 100.000, eine Million. Natürlich kommt es darauf an, was man macht, wo man ist. Also mit wo meine ich, ist man deutschsprachig, ist man in Amerika unterwegs, in England oder wo auch immer. Aber groß, ja, schwer zu messen. Ich sage mal so, ich denke, mein Kanal ist durchschnittlich groß. Also nicht herausragend groß, aber gehört sicher nicht mehr zu den Kleinen, weil Kleine gibt es eine Menge. Und, naja, durch die Spezialisierung, sage ich mal, habe ich mir sicher den einen oder anderen Ruf schon erarbeitet und, ja, macht Spaß, mal nach dem eigenen Namen zu googeln und dann auch außerhalb von YouTube Erwähnungen zu finden. Ja, natürlich ist die Frage, wie soll es weitergehen? Ich glaube, radikale Änderungen soll es keine geben. Momentan habe ich noch dieselbe Zeit, wie ich immer habe, außer jetzt natürlich die letzten zwei Wochen, die waren ein bisschen extrem, aber so viel Zeit, dass ich für jeden Tag ein Video produzieren kann, ist da. Wobei eben, wie ich vorher schon gesagt habe, gerade so Dinge wie Checkliste, Notizblock, da schaut es ein bisschen anders aus, weil selbst nur unter Anführungszeichen für ein Spiel, über das ich eine Checkliste spiele, selbst nur das Spiel vorher fünf, sechs Stunden zu spielen, ist einfach schon fünf, sechs Stunden Zeit, wo ich sonst könnte für fast zwei Wochen Folgen aufnehmen, wenn es ein Spiel wäre, das ich kenne. Heißt, sowas zu produzieren, ist wesentlich aufwendiger und umso genauer ich das machen will, umso qualitativer ich das machen will, umso mehr Aufwand ist es. Und da sind wir eben bei dem Punkt, um wieder ganz vorne anzuschließen, die eigene Qualität ist mir mit der zufrieden. Ich sage mal so, Qualität im Sinn von Produktionsqualität ist okay, könnte besser sein, such immer noch einen richtigen Codec. Und bitte jetzt keine Vorschläge, ich habe schon eine Menge probiert, keine Sorge, ich finde schon das Richtige. Genauso wie ein Mikrofon muss auch bald mal ein neues her, etc., etc. Aber es ist okay, sagen wir mal. Und inhaltlich ist es auch okay und da messe ich einfach nach dem Maßstab, wo ich sage, es sind einfach zum Teil extrem aufwendige Spiele, die ich spiele, wo man viele, viele Stunden braucht, um reinzukommen, um mich zu wiederholen. Von dem her ist natürlich da immer so ein bisschen das Hin und Her zwischen zufrieden und unzufrieden, kann ich überhaupt mehr schaffen oder nicht, kann ich überhaupt mehr Zeit investieren oder nicht, solange ich eben berufstätig bin und YouTube nur mein Hobby, wenn auch Haupthobby ist. Wird es nicht gehen, auch wenn ich es gern wollte. Es wird nicht gehen, dass ich mehr Zeit investiere. Und umso größer der Kanal wird, umso mehr Zeit brauche ich sowieso, weil Community-Pflege ist mir immer noch wichtig. Ich antworte auf jede PN mit den klitzekleinen Ausnahmen, wo mir mal jemand schreibt und eine sehr detaillierte Frage stelle und ich mir denke, okay, das muss ich mir später mal anschauen und dann geht es in der Menge unter. Also einfach nochmal schreiben. Ich kann es nur immer wieder sagen, nicht böse sein, vielleicht habe ich es übersehen, vielleicht habe ich es einfach nur vergessen und das ist auch nicht böse gemeint, sondern es passiert einfach. Also PNs, E-Mails, einfach nochmal nachfragen. Kein Thema. Und Kommentare, muss ich ganz ehrlich sagen, auf alle Kommentare antworten, macht einfach schon lange keinen Sinn mehr. Jetzt haben wir 10.000, 20.000 Kommentare hier am Kanal, wo ich sage, jeder, der mir schreibt, dass ihm das Spiel gefällt, was soll ich zurückschreiben? Soll ich schreiben, ja oder danke oder ich sage mal so, ich denke, mein Dank an den Zuschauer im Schnitt, dem das Spiel gefällt, ist, denke ich, dass ich eine neue Folge von dem Spiel aufnehmen, beziehungsweise mit dem Let's Play überhaupt weitermache. Auf sonstige Fragen, die jetzt nicht zu allgemein sind, probiere ich zu antworten, beziehungsweise muss ich da auch mal wieder mal Danke sagen an die Community, die da mittlerweile sehr aktiv ist, für mich die Fragen zu beantworten. Das finde ich sehr, sehr nett. Vielen, vielen Dank. Es sind doch mittlerweile einige, die da oft zur Tat schreiten, nicht nur, wenn es um spielerische Fragen geht, sondern auch um FAQs, wo ich nochmal darauf hinweisen will. Es gibt ein paar FAQs, die sind auf meinem Kanal verlinkt. So, jetzt haben wir die 15 Minuten bald voll und ich schaue mal auf die Liste. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Punkte, die ich nicht beantwortet habe und ungefähr vier oder fünf, die ich beantwortet habe. Klingt nicht schlecht. Die restlichen, wie gesagt, behalte ich mir auf und zwar nicht fürs Video 1000, weil da habe ich was anderes geplant, sondern für ein neues Format, weil ich denke, ja, da sollte man auch ein bisschen mit dem aktuellen Trend gehen und so wie es ausschaut, wird einfach ein bisschen danach verlangt, dass man ab und zu, abseits vom Let's Play und vom Spiele vorstellen, Fragen beantwortet, die ein bisschen, ja, noch mehr die persönliche Meinung des Let's Players, um es mal so zu nennen, einbringen, als wie einfach nur, wenn man eben, wie gesagt, ein Spiel vorstellt. Ja, dann war es diesmal relativ knapp. Dafür habe ich mehr Zeit für Videos aufnehmen, auch mal nicht schlecht und es ist sowieso wieder mal viel zu spät. Habe noch einiges vor heute. Nicht zuletzt endlich mal wieder die Wohnung aufräumen, da ist auch seit zwei Wochen nichts passiert. Nicht gut, nicht gut. So, dann, ja, Fragen, Wünsche, Anregungen. Ihr könnt immer und alles schreiben. Hauptsache, der Ton passt und der passt im Schnitt natürlich bestens, bis auf klitzekleine Ausnahmen, aber bei der Menge an Zuschauern, kein Wunder, dass der ein oder andere sich im Ton vergreift. Auch das verzeihe ich meistens. Wir betonen auf meistens. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, fettenk und baba.